unser weihnachtsgeschenk für euch am 25.12.2023 geht es mit folge 3 weiter neue figuren bei 99 probleme onkel frank sucht das glück der neuen webserie von gt media germany lasst euch das nicht entgehen er sollte jede gasse und jede gosse absuchen damit er die ich bin nur drei wochen weg das ist wenig du kennst du wirst deine schulden bezahlen blond 170 und alter was ein arsch und ich hätte fast ihre nummer gekriegt aber nicht wenn es geht ja nicht mit onkel frank über dem blog ja ja okay das ist euer problem wir beenden das ding da drin jetzt für mich war es an der zeit alles hinter mir zu lassen aber ich hatte das gefühl dass mein schicksal an diesen block geknüpft war ich melde mich bei dir wenn ich wieder flüssig bin ja und dann wird doch jeder mensch hat doch seinen preis wie ist denn ihrer ne 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 ich will gar nichts damit ich habe wirklich eine ganze menge probleme genauso wie die anderen leute block und wir alle zusammen sind viel stärker als sie und ihr toto und die anderen verbrecher und wissen sie was sie werden irgendwann im klatschen genauso wie ich vom tatern wenn sie mal sehen wie das ist korrupter mensch dann ruf mich an ja man es ist er wohnen 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018